Moin moin Leute, ich bin Lelikömpfersbrain oder ein Fotojahrer, und ich begrüße gerade dich zu einem neuen Spooktober! Namens Elliot. Stocks. Press Enter to beginn. Alright. I'm, 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 I'm hyped. I'm hyped to do it. Objective. Find fuel for your car. Okay. I need fuel. Give me fuel, give me fire, give me air, blah, blah, blah. Ich glaube, ich habe gerade meine Stimme wieder zerfetzt. Okay. Ist so ein bisschen shaky. Ich glaube, wir haben ein bisschen was getrunken. Oh, ich habe die Taschen ab. Nice. Wollen wir wirklich hier reingehen? Ich, 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 ah, ja, 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 klar, klar. Klar, 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 okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Kokaina. Da. Need to find a way in. Da, da willst du einen Weg reinfinden? Wirklich? Really? Was haben wir hier? Tsk, 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 tsk. Hab ich was gemacht? Ich glaube, ich habe die Tür geöffnet. Ich weiß es aber nicht. Open Door. Aha. Das Spiel überzeugt definitiv nicht durch Hintergrundgeräusche. Sondern wahrscheinlich gleich einem viel zu lauten Jumpscare. I'm pretty certain that this... Okay, hier soll es nicht weitergehen. Wir haben also wirklich nur den Screwdriver, um auf Elliot's Docks zu kommen. Ich finde auch schön, dass oben links die ganze Zeit dieses Objective steht. Ich weiß nicht, ob ich da hinlaufen will. Irgendwas tief in meinem Inneren sagt mir... ... ... ... ... Ich weiß nicht, dass das absolut asozial ist, dass man so auf seinen Tod hinzuläuft. Moin. Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vielen Dank. Vielen Dank.